Jo Freunde, willkommen zurück beim Goldpriester. In Belfi 2042 hat jetzt Woche 3 angefangen und da sprechen wir jetzt mal die ganzen Aufgaben durch. So, bei der ersten Aufgabe heißt es jetzt hier, erziele insgesamt 10 Kills oder Assists mit Sturmgewehren. Da würde ich euch jetzt hier ganz klar die AM40 empfehlen, wenn ihr die jetzt noch nicht bis T1 gelevelt habt. Ihr könnt natürlich auch die anderen Waffen nehmen, die jetzt hier noch drin sind, wie zum Beispiel die AK oder zum Beispiel die S-Fahrer, die ist jetzt zum Beispiel auch ziemlich stark. Als nächstes kommt jetzt hier das LBLC-RAM. Das habe ich jetzt hier im Durchbruchsmodus vorhin abgeschlossen. Da müsst ihr natürlich ein bisschen campen, sage ich mal, und warten, bis das Fahrzeug dann verfügbar ist. Und das geht auch relativ schnell. Da müsst ihr wirklich jetzt nicht so viele Meter zurücklegen. Das sind ja hier nur 300 Meter. Gleichzeitig könnt ihr natürlich auch noch die Spieler-Karte von diesem LBLC-RAM freispielen und zwar die heißen Nachwirkungen. Da braucht ihr jetzt hier insgesamt 20 Kills sowie 2 Kilometer insgesamt. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Aufgabe und zwar heile insgesamt 150 TP von Teammitgliedern oder von Teamfahrzeugen. Da macht ihr hier ganz klar den ersten Teil und zwar das macht ihr jetzt hier mit Maria Falk seiner Spritzpistole. Wenn ihr jetzt mit der Pfeilpistole auf die eigenen Leute zielt, da gibt es eh so einen kleinen magnetischen Effekt und wenn ihr getroffen habt, steht dort 20 XP, dann hat das schon gezählt. Weiter geht es jetzt mit der nächsten Aufgabe. Erobere oder neutralisiere insgesamt 10 Ziele. Das könnt ihr jetzt im Durchbruchsmodus machen, aber auch im Eroberungsmodus. Was man jetzt hier aber noch wissen muss und zwar wenn ihr jetzt eine Flagge einnehmt und das ist eine feindliche Flagge und ihr habt die neutralisiert, kriegt ihr einen Punkt gutgeschrieben. Und wenn ihr die dann vollständig eingenommen habt, kriegt ihr einen zweiten Punkt gutgeschrieben. Nachdem der rote Balken dann verschwunden ist, kommt neutralisiert und beim zweiten Durchlauf kommt ja dieser blaue Balken, der sich dann komplett ausfüllt. Und am Ende davon seht ihr dann unten 200 XP und das wäre dann sozusagen der zweite Punkt. Diese 15 XP, die ihr gerade im Hintergrund seht, die zählen übrigens nicht dafür. Weiter geht es jetzt mit der nächsten Aufgabe. Joine bei einem Landungsfunkfeuer, eventuell beim eigenen oder von einem Team aufgestellten. Dieses Absetzungsfunkfeuer findet ihr oder den Gadget-Slot, wo zum Beispiel auch die verschiedenen Granatentypen drin sind. Wenn ihr das dann ausgewählt habt, setzt ihr das dann jetzt hier irgendwo auf der Karte ab. Am besten ist es natürlich so, dass es auch Sinn ergibt. Ich habe das direkt jetzt hier am Anfang gemacht, wenn wir jetzt hier gerade bei Rush als Defender drin sind. Und dann muss im Prinzip jetzt nur noch ein Kollege von eurem Team nachjoinen über das Ding oder ihr könnt natürlich auch selbst darüber nachjoinen. Ich hatte gerade jetzt in der Runde gesehen, dass ein Kollege von mir das Teil aufgestellt hatte. Da habe ich dann gedacht, okay, da bringe ich mich halt kurzerhand mal schnell um, um die Aufgabe abzuschließen. Und das hat auch wirklich funktioniert. Ihr könnt, wie gesagt, halt darüber joinen und dann wird das halt auch gut geschrieben. Bei der nächsten Aufgabe ist das jetzt als Defender-Team im Rush-Modus etwas schwierig, weil man da ja keine Attacker-Fahrzeuge hat. Zum Glück hat jetzt das Attacker-Team mir ein Fahrzeug geschenkt. Da konnte ich jetzt schon mal von diesen 1000 Schadenspunkten etwas vorarbeiten. Solltet ihr jetzt zum Beispiel im Oberungs- oder im Durchbruchsmodus unterwegs sein, nehmt auf jeden Fall das LRTV. Das macht sich am besten. Freund, da habt ihr insgesamt vier Fahrzeuge, die euch zur Verfügung stehen. Beim Panzer sind es jetzt zum Beispiel nur zwei. Wie Maria Falk da einfach mal mit der Taschenlampe unterwegs ist, das sieht voll lustig aus. Das viele wissen gar nicht, dass man die auch ausschalten kann. Naja, auf jeden Fall geht es jetzt mit dem nächsten Punkt weiter. Bei der nächsten Aufgabe braucht ihr jetzt insgesamt fünf Kills oder Assists bei der Fahrzeugzerstörung. Das könnt ihr jetzt machen, indem ihr zum Beispiel mit dem Panzer unterwegs seid und andere Fahrzeuge zerstört. Das könnt ihr jetzt auch mit C4 machen oder auch zum Beispiel mit Liss finde ich das auch ziemlich gut, weil jetzt aktuell sowieso gerade viele mit diesem RAM unterwegs sind. Und den kriegt es dann natürlich schon relativ gut down. Ihr habt es ja bestimmt jetzt schon im Hintergrund gesehen, also wenn ihr jetzt mit dem RAM unterwegs seid, da kriegt ihr relativ viele Raketen ab. Die geiern natürlich alle gerade das Fahrzeug. Hier habe ich mich gerade noch zurückgezogen und ich dachte, ich habe es geschafft. Dann kommt einer mit der MTW um die Ecke und haut mich weg. Also ihr seht, sogar mit der MTW könnt ihr jetzt sogar spielen. Hier bin ich dann noch ein bisschen auf die Infanterie gegangen und ich habe hier festgestellt, der RAM ist gar nicht so gut. Ich dachte erst, der wäre besser. Aber dadurch, dass die Beschleunigung so extrem krass ist, kann man den erstens mal nicht so gut koordinieren. Und zweitens mal hält das Ding auch gar nicht mal so viel aus. Hier wurde ich jetzt gerade angeschossen. Hier bin ich dann zurückgefahren und hier ist mir dann sogar noch ein anderer RAM entgegengekommen. Zum Glück war der ein bisschen vorgefrackt. Da habe ich den dann schon relativ schnell down bekommen. Der ist dann ausgestiegen und kam sogar noch mit Minen entgegen. Und ich dachte mir, was war denn das bitte schön. Aber ich bin dann trotzdem down gegangen. Hier ging es dann drüben weiter und hier wurde ich dann mit einer Panzermine scheinbar down gemacht. Ich weiß nicht, ob das sogar zwei Panzerminen waren. Und zwar hat mich erst mal rau gehackt und dann hat er die Panzermine hingelegt. Mich würde mal interessieren, ob das zwei oder eine war. Weil wenn es eine ist, würde ich das schon extrem krass finden, weil ich hatte ja 100%. Ich bin jetzt hier sogar ein bisschen abgekommen. Eigentlich wollte ich euch noch sagen, und zwar wenn ihr Liz noch nicht auf T1 habt. Ich habe die ja mittlerweile auf T1. Dazu hatte ich sogar ein Video gemacht. Das verlinke ich euch oben mal in der Informationscard. Auf jeden Fall könnt ihr die Raketen von Liz natürlich auch verwenden. Die machen sich sogar besonders gut bei dieser Aufgabe. Bei der vorletzten Aufgabe braucht ihr jetzt hier insgesamt 30 Kills oder Wiederbelebung. Da würde ich euch empfehlen, nehmt am besten Crawford, der ist jetzt neu reingekommen. Den könnt ihr an dieser Stelle dann natürlich jetzt auch ein bisschen pushen. Im Moment, ihr nehmt jetzt hier einmal der Stand-MG oder ganz normale Waffen. Und Wiederbeleben geht ja wie gesagt etwas schneller, genauso wie bei Falk und auch wie bei Angel. Die letzte Bonusaufgabe gibt euch jetzt hier nochmal 10 Punkte. Und das wäre jetzt hier folgendermaßen. Und zwar braucht ihr jetzt hier Kampf-, Wingman- oder Logistik-Ordenspender. Und davon insgesamt 9 Stück. Diese 9 Stück muss man an dieser Stelle auch nochmal ganz genau beschreiben. Und zwar Logistik-Ordenspand 1, was ich jetzt gerade hier unten habe. Das wäre jetzt ein Punkt. Habt ihr jetzt zum Beispiel Logistik-Ordenspand 3 in einer Runde geschafft und habt den Ball bis ganz nach hinten durchgezogen, sind das dann insgesamt 3 Punkte. Das Kampf-Ordenspand könnt ihr jetzt hier ganz normal leveln, indem ihr Kills macht. Das Wingman-Ordenspand könnt ihr mit Wiederbelebung leveln. Da würde ich jetzt hier sogar Crawford nehmen. Der kann ja auch schneller wiederbeleben. Und das letzte wäre jetzt hier noch das Logistik-Ordenspand. Da würde ich jetzt hier Maria Falks Heilpistole nehmen. Damit geht es am schnellsten. Vor gestern übrigens auch nicht das kostenlose Item wieder abzuholen. Das geht jetzt vom 13.9. bis zum 19.9. Das ist nämlich jetzt hier wieder ein kostenloser Anhänger. Der heißt Antarktika Patrol. Das seht ihr jetzt hier. Das ist so ein Pinguin mit einer Waffe. Ich habe das Ganze jetzt hier auch gleich mal getestet, ob das auch wirklich angekommen ist. Da geht ihr jetzt dann bei Sammlung auf Waffen. Dann auf Fahrtwehraussehen und dann auf Anhänger. Und das Ganze ist auch wirklich angekommen. Bei den ganzen Fehlern, da wird man ja teilweise schon paranoid. Aber das Ganze hat auf jeden Fall funktioniert. Dann haben sie jetzt auch ein neues Set reingenommen. Und zwar Yatara mit 7 Items. Für insgesamt 17,50 Euro, was ich extrem teuer finde. Infiltriere die Eliten mit Technologien von Yatara Industries, die dabei helfen sollen, dass sich die Notpads unter die Mitglieder der Sicherheitsfirmen mischen können. Ich verstehe auch gar nicht, wo auf einmal dieses Yatara Industries herkommt. Das haben sie im Spiel bisher noch nirgendwo gezeigt. Aber das muss ja auch irgendwie damit zusammenhängen. Auf jeden Fall habt ihr jetzt hier insgesamt 7 Items drin. Das Ganze startet jetzt hier mit einem neuen Seraten-Skin für Maria Falk. Und der heißt Adrenalin. Und den haben wir ja bereits schon durch Temporial Sleaks gesehen. Und er ist jetzt hier mit so einem Exoskelett. Als zweites kommt jetzt hier ein neuer Waffenskin für die MP9 Hypermodern. Und da habt ihr jetzt hier auch wieder das Yatara Logo drin. Und das ist jetzt hier ein komplett weiß mit rot. Dann kommt jetzt hier ein neuer Fahrzeugskin für den Nightbird Aufstiegsstrategie. Und da sieht man jetzt hier auch wieder dieses Logo von dieser Firma. Und das Ganze ist jetzt hier auch wieder ein weiß-rot. Beim Dose könnte man jetzt hier erst denken, dass es hier dieser komplett neue Soldaten-Skin ist. Aber nein, das ist jetzt hier wirklich nur die Kopfbedeckung. Der heißt Grau Ritter. Und das ist jetzt hier in weiß-grau gehalten. Dann gibt es jetzt hier noch eine neue Tickdown-Animation. Und zwar gefaltet der Stahl. Da habt ihr jetzt ein komplett neues Messer. Und da gibt es halt diese Tickdown-Animation, was ihr jetzt hier seht. So, jetzt kommen wir zu den letzten beiden Items. Da haben wir jetzt hier einmal eine neue Hintergrundkarte. Erforderliches Wissen, wo man das Firmen-Logo sieht, was wirklich sehr langweilig ist. Und dann gibt es noch einen neuen Waffenskin für die PPX45 Sicherheit mit Rot-Weiß. Der sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Falls ihr übrigens neue Themenvorschläge für Videos habt, könnt ihr mir das gerne auf meinen Discord-Server senden. Wir haben jetzt insgesamt schon 260 Mitglieder, was wirklich sehr viel ist. Es sind jetzt zwar wieder einige rausgegangen, aber sehr viele neue dazugekommen. Und hier könnt ihr natürlich auch bei Fragen oder Problemen eure Frage stellen. Die wird dann meistens schon relativ schnell beantwortet. Der Discord-Link befindet sich in der Beschreibung. Die könnt ihr euch da, denke ich, mal raussuchen. Der ist ganz unten drin. Morgen, denke ich, wird es einen MB2-Stream geben. Da werden die nämlich MB2 vorstellen, beziehungsweise war es. Und so wie ich das verstanden habe, das soll, glaube ich, eine halbe Stunde am Nachmittag gehen. Ich denke mal, da werde ich sogar einen Stream machen. Okay, Leute, wir hören uns dann im nächsten Battlefield-Video, beziehungsweise vielleicht auch in einem anderen FPS-Video. Euer Goldpriester. Ciao.